Ich bin also mitten in einer Pampa unterwegs. Irgendwo. Und dann das. Eine Panne. Ich also raus aus meinem Truck und sehen auch was los ist. Plötzlich will ich was im Händen haben. Irgendwas ist da. Ich mach also mein Händen auf. Aber es war so dumm, ich konnte gar nichts sehen. Wie die Tür so gerade wieder zumachen, da seh ich was in der Ecke. Und da kommt meine Monsterspinne hingegen. Ein riesen Vieh. Meter Durchmesser. Minimum. Und das Drecksvieh ist auch nur so aggressiv. Ich denk schon. Ist vorbei. Und die nehmen Augen, wie kommt mein Auto vorbei? Schnepp mir das Biest. Schleuert auf die Straße. Unglaublich. Ich hab schon mal davon gehört, aber ich hätte nie gedacht, dass es sowas tatsächlich gibt. Und das? Ist dann echt die Mama. Und das? Was?